Die Theken bei Fischdomke sind für Fischliebhaber ein kulinarisches Paradies. Kaltgeräucherte Spezialitäten, Sushi am Spieß, Fischsülze und frischer Fisch jeder Art. Mit diesem außerordentlich breiten Angebot ist André Domke zum Fischkönig der drei Kaiserbäder auf Usedom geworden. Es gibt Fisch aus der Ostsee, aber auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Auf allen Kontinenten eingekauft, oft per Flugzeug transportiert und immer so frisch wie möglich. Als Highlight bauen wir natürlich auch Thunfische, Seeteufel, Adlerfische oder Papageienfische ein. Die Leute freuen sich, die wollen auch mal sowas Leckeres haben, quasi wie in der Karibik. Warum nicht? Fischdomke macht es möglich. Bei Domke wird das Fischessen zum Erlebnis. Die Gäste schätzen, dass sie umfassend beraten werden und alles, was gezeigt wird, anschließend frisch zubereitet gegessen werden kann. Darunter auch exotische Eigenkreationen wie Smoky Gambas, geräuchert auf Holzspänen von alten Whiskyfässern. André Domke verzichtet auf Fertigprodukte, punktet mit familienfreundlichen Preisen und hat den Namen Domke mit vielen Eigenprodukten rund um den Fisch zur Marke gemacht. Es gibt Räuchersalz von Domke, Fischgewürze oder Senf, aber auch Kümmelschnaps und Lapskaus. Wir haben neue Ideen mit eingebracht, ein bisschen flippig, den Fisch anders verkaufen, wie eine Pommersche Tapasplatte, Broschetta vom Räucherlachs. Wir setzen aber auch auf das alte Werte, typisch Pommersche Gerichte halt, nach alter Tradition und dieser Mix halt setzt sich durch. Der Erfolg gibt André Domke recht. 2010 ist er mit einer Gaststätte gestartet. Inzwischen betreibt der gelernte Koch vier Restaurants und eine Bar in Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin. Die Umsatzzahlen zeigen steil nach oben und aus einer Handvoll Mitarbeiter wurde ein Team von 50 Fachkräften, die genau wissen, was sie tun. Auch beim Zerlegen eines so exotischen Fisches wie dem Seeteufel. Dieser Fisch, der hat sieben Hautschichten. Man muss eben darauf aufpassen beim Zerlegen, dass man die Filets nicht zerstört. Zum Konzept der Erlebnisgastronomie kommt ein ausgefeiltes Marketing. Mit prominenten Gesichtern und großen Fischen lockt André Domke viele Gäste. Den geschäftlichen Erfolg hat der 34-Jährige selbst und hart erarbeitet. Dazu kam die Unterstützung der Familie. Der Vater, ein Fischgroßhändler, hat beraten. Die Oma gab den ersten Kredit, half mit Kochrezepten und der Weisheit ihrer 95 Jahre. Fisch ist gesund, isst jeder Mensch und da läuft das Geschäft, denke ich mir.